So, einen wundervollen guten Morgen digitaltomaten. Nach der 343... Wie hieß die, wie du gerade gemacht hast? 343, oder? Genau, ist vor der 344. Wir gehen jetzt einfach mal spontan diesen Vlog, zehn Minuten nachdem wir den letzten geendet haben. Wir haben es jetzt 1.40 Uhr, sitzen im Bus nach Geller. Das ist ein ganz neues Commitment an das Vloggen. Alter, oder? Das sind 24 Stunden Vlogs. Wir machen einfach nie wieder Pause. Wir rumbeln das einfach komplett durch. Stell' mal vor, ich hab nämlich vorhin mit Olli darüber diskutiert, über polyphasisch Schlafen. Stell' mal, du machst einen Vlog bei polyphasischem Schlafen, dann kannst du da quasi dein komplettes Leben dokumentieren. Okay, jetzt ist die Farbe ja überabgefahren. Guck mal, ich seh aus wie vom Blue Man Group. Okay. Wir lassen das mit dem ganzen komischen Trash-Talk hier. Ich werd mir jetzt noch ein bisschen Datteln reinziehen. Vier Stunden schlafen, und dann beameln wir uns einfach mal jetzt direkt vier Stunden weiter. Ja, dann haben wir gut ausgeruht nach... Wie lange haben wir geschlafen, Olli? Zwei Stunden vielleicht kumuliert? Eineinhalb, irgendwie sowas. Wir sind jetzt am Kölner Hauptbahnhof. Und, ähm... Schon schön hier, ne? Schon richtig schön, ja? Ja, wir wollen natürlich hier nicht so übelst lieb in den Tag starten, deswegen packen wir uns nochmal hin. Gut, wir sehen uns später wieder. Oh yeah! Gute Mütze Schlaf gegönnt. Wir haben's jetzt, ähm, um eins. Wir haben nicht so lange geschlafen, immer noch gearbeitet. Ja. Ähm, aber ich fühl mich jetzt gut. Dankeschön. Sehr gut. Kommen Sie mal in Köln angekommen. Scheißwetter. Ja. Das geht denn ab, bitte. Wir haben nämlich unser heutiges Interview... Ich muss jetzt erstmal kurz gucken, wo wir eigentlich langlaufen müssen. Äh, genau da lang. Wir haben nämlich unser heutiges Interview mit Paul. Erst abends um 19 Uhr. Ähm, das heißt, wir haben den ganzen Tag jetzt, äh... Sturmfreie Bude. Und, äh... Wir werden jetzt direkt erstmal... Abgesehen von Arbeit und Sinn. Direkt erstmal zum Aldi gehen. Können wir machen was im Bein rum. Und dann, natürlich, direkt in Köln angekommen. Erstmal Gym auschecken. Heute ist nämlich... Ne, eigentlich war gestern Gym-Tag. Aber heute wird's nachgeholt. Wir kennen ja nicht. Wir sind nicht on the road hier. Unsere guten V-Sätze einfach über die beiden. Über die... Wie sagt man? Was? Über die... Über den Haufenwerfen. Über den Haufenwerfen. Genau. Das machen wir nicht. Nein. Das machen wir nicht. Nein. Maar jetzt kann man... Heuş auf einанияше... ...und so... Ja. mehr Serietіль. Und wie heißt... Auch. Ich sehe. Ich sehe. Nun. Schiff haben von見AH must... Ja. Mein Bild mitelspel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020